guten tag heute kommt zurück zu joshis island im letzten dort waren wir in wel 66 und nun das vorletzte level fels oben mania diese titel na egal jetzt jetzt wird es erst mal stressig glaube ich ja wisst ihr warum hört ihr es da ist der gewert und bricht ihr die zähne komm schon mach es ja ich bin zu böse das ist so fucking gruselig dieses scheiß change ums die die man auf pacman die machen pacman am pacman gespielt wird ja 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 nein scheiße ok das ist ok scheiß auf 100 prozent in den level in diesen spät level da krieg ich sowieso nichts haben im ersten versuch habe ich noch nie ich bin schlecht ja wisst ihr sollte stacheln sie funktionieren wie in megaman 1 glaube ich wenn man getroffen wird und in stacheln landet stirbt man trotzdem obwohl man bringt und blinken heißt normalerweise du bist so gut so besiegbar was es in diesem spiel sowieso heißt außer für stacheln wie in megaman 1 f*** dich megaman 1 f*** platforming okay was also er ist noch untergefallen das ist jetzt nicht das größte problem ich habe mich an der größte kiffer keine ahnung warum ich weiß nicht wieso aber er ist toll und da ist ein sternring da will ich hin ich habe mich an der größte kiffer keine ahnung warum aber es ist ja ok reaktion ist sowieso raja gott hat tapata ok dreh dich und dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich dreh die steine 30 dreidel schnell hallo bewegt dich doch was wäre wenn jetzt hier schon scheiß ketten und dann kommen würde und mich jagen würde müsstest du dich auch drehen du Hure. Komm schon, mach deinen Scheiß. Okay, das ist Geld, das ist relativ schnell, das ist nicht gut. Nein, da ist nichts und das ist Scheiß. Oh mein Gott, nein, 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 stirb, Arschloch, ich hasse dich. Okay, Sniff jetzt, hm, 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 yes, Sniff jetzt, ah, toll, ich hasse Sniff jetzt. Ui, ah, da, 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 Stigo, geh weg, da, oh, egal, ich will sie, geh, geh, geh. Ich muss dich pushen, push it, push mal. Ja, Mann, ich spiele gerade komplett defensiv, das ist ja schlimm, da will ich nicht runter, das ist nämlich ein riesiger Kreis dorthin zurück, weil ich fein war und da will ich noch hin. Ja, ihr habt mich gehört, da will ich noch hin, ich will, ich will den Level vorankommen, das ist wahnsinnig, aber ich will den Level vorankommen. Ich will, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl. Ah, dai noch, geh, weg. Du auch, ja. Sternenring Checkpoints, ich liebe Checkpoints Okay, das ist ein Pilz Clever Ah, da geht's weiter, ja So geil Was? Mancharan? Also Spikerun? Oder was? Oder einfach nur, es ist so Ich glaube, es ist ein, es ist so Ist es ein, es ist so Es ist ein Was? So, Alter Oh shit, warte mal Warte mal, Arschloch, geh Komm her, geh, geh mir Geh mir, geh mir mein Baby Ah, fick dich So Stirb, und was ist da Drin? Nur ne Blume Das ist ein Dörker Scheisspringer, ich hasse es Geh hoch Da hoch Banditen Ich spiele es nicht, Pokémon Ich sehe einfach nur, dass das Level kommt Und scheiße, 100% Was zur Hölle Hä? Oh, das ist Toll Was, da ist ja nichts drin, oder? Hä, da war nichts drin in dem Ding Da war nichts drin in dem Ah, okay Da ist ein Röhre Das ist, ist das ein At Scheiße Okay 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 Wir alle wissen, was im nächsten Part kommt. Das Finale. Bis dahin, auf Wiedersehen.